Ich habe hier eine Parabel und möchte wissen, wie die Funktionsgleichung ausschaut. Die Aufgabe lautet, also bestimme, y ist a, x² plus b, x plus c, also bestimme diese Gleichung. Bei dieser Parabel kann ich den Scheitel sehr schön ablesen, der ist bei 1,3. Also der ist hier, Scheitel 1,3. Die Nullstellen sind krumm. Das heißt, ich mache es jetzt hier nicht mit den Nullstellen, da gibt es eine andere Methode, sondern ich gehe auf den Scheitel los. Und damit möchte ich y angeben in der Form y ist a mal x minus xs in Klammern zum Quadrat plus ys. Wenn ich das habe, kann ich ja auch am Schluss dann umrechnen. Also xs ist die x-Koordinate vom Scheitel, ys ist die y-Koordinate vom Scheitel. Und a hat was mit der Form der Parabel zu tun. Also xs, ys von dieser gesuchten Formel kenne ich jetzt also schon zwei Zahlen. Ich kann jetzt also schon einfach den Scheitel ablesen, hinschreiben, y ist a mal x minus 1 in Klammern zum Quadrat plus 3. Also das a ist das Einzige, was noch fehlt. Es geht ja um die Form. Also wenn ich nur den Scheitel habe, kann ich keine Aussage treffen, welche Form jetzt diese Parabel da irgendwie hat. Ich brauche, um hier weiterzukommen, noch einen weiteren Punkt. Ich habe mir hier unten diesen Punkt, würde ich suchen, weil der nämlich schön auf einem Achsenkreuz liegt. Also ich habe jetzt hier so einen Punkt. P 6 minus 2. Und ich male immer darunter x und y, weil ich alles Mögliche ständig verwechsel. Und wenn ich das gemacht habe, dann springt mich doch die Lösung an. Dann kann ich den 6er für x einsetzen und den 2er für y einsetzen. Und gesucht ist dann, also das Einzige, was noch fehlt, ist das gesuchte a. Das mache ich jetzt. Hier ist Platz, also minus 2 gleich minus a mal Klammer auf. 6 minus 1 zum Quadrat plus 3. Also minus 2 ist minus a. 6 minus 1 ist 5, also mal 25. Kein Minus. Stopp. Hier ist kein Minus. So. Genau. So ist es richtig. Also minus 2 ist a mal 25 plus 3. Dann minus 3 minus 5 gleich 25 a dividiert durch 25. Und dann bekomme ich, schreibe ich es hier hin, a gleich minus 1 Fünftel. Das Minus hatte ich schon im Kopf, deswegen der Fehler. Und damit habe ich die Aufgabe gelöst. Ich schreibe hin. f Doppelpunkt y ist gleich minus 1 Fünftel, Klammer auf, x minus 1 zum Quadrat plus 3. Ich könnte das jetzt noch anders hinschreiben in dieser a quadrat plus bx plus t Formel. Also ich könnte jetzt hier schreiben, y ist minus 1 Fünftel. Jetzt ein Binom, x Quadrat minus 2x plus 1 plus 3. Dann überall ist minus 1 Fünftel rein. Y ist minus 1 Fünftel. x Quadrat plus 2 Fünftel x minus 1 Fünftel plus 3. Und das noch zusammenrechnen. Aber eigentlich ist das hier schon die Lösung dieser quadratischen Gleichung. Und das ist das hier schon die Lösung dieser quadratischen Gleichung.